... sowie auf der A1 südlich des Kreuzes Park der Heide. Ministerpräsident Carstensen hat heute die Autobahnmeisterei in Neumünster besucht, um den Mitarbeitern dort einen persönlichen Dank für ihren unermöglichen Einsatz auszusprechen. Dieter Harry Carstensen sagt uns zu RSH... Wir können uns auch mal bedanken für diejenigen, die nun wirklich angepasst an die Wetterverhältnisse, die dafür sorgen, dass unsere Autofahrer möglichst ohne große Behinderung durchfahren. Und das ist ein ausgegrübeltes System. Das empfiehlt Leute, die hier vor Ort sind, die die Informationen weitergeben und dann mit ihren Leuten dafür sorgen, dass wir einigermaßen sicher bei uns auf unseren Straßen sind. Und ich will deswegen auch nochmal ein herzliches Dankeschön dafür zu sagen. Wegen der schlechten Straßenbedingungen hat auch das Bildungsministerium aus Sicherheitsgründen die Reißleine gezogen. Nachdem heute schon für die öffentlichen Schulen im Land die Empfehlung galt, den Unterricht, wenn möglich, früher zu beenden, geht man morgen noch einen Schritt weiter. Thomas ist schon vom Kieler Bildungsministerium und sagt uns zu RSH... Ja, das ist einfach ein ganzes Laden und das ist ganzes Freude. Ja, das ist einfach eine Einschätzung der Lade, eine Ladeverschätzung der Lade, ein ganz normales Einfachungssetter, also geht, das ist wirklich fertig.